Herzlich Willkommen zum Unboxing des vierten und letzten Volumes der ersten Staffel von Haikyuu. Vielen Dank an Peppermint Anime, die mir dieses Exemplar hier bereitgestellt haben. Und gucken wir uns gleich mal an. So geht es weiter. Hier haben wir noch die Episodentitel. Es sind drauf 19 bis 25, das sind 7 ganze Episoden. Sprachen sind natürlich wie immer dabei. Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch, Laufzeit 175 Minuten. Und das Bildformat ist in 16 zu 9 Full HD. Als Bonus ist dabei Trailer, digitaler Streaming-Code für Aki Papaz. Und Haikyuu Cross-Ninutaku TV, was war das gleich nochmal, das ist mir entfallen. Der Ton ist in 2.0 dabei und dann gucken wir auch schon mal rein. So sieht dann die Disc selbst aus. Ich nehme das ganz kurz hier hoch. Hier wäre dann das Streaming-Code. Und so sieht das komplette Außen-Cover aus, der Blu-Ray selbst. Dann haben wir hier noch die Disc, hat das gleiche Motiv wie die O-Card bzw. der Pappschuber. Und hier sehen wir dann nochmal die Gruppe, wie sie von rechts nach links rennen. Ja, also die anderen drei Volumes packe ich euch mal die Links zu den Unboxings in die Videobeschreibung. Und demnächst werde ich euch dann auch nochmal den Sammelschuber dazu zeigen. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Körner! Ja! Körner! Körner! Vielen Dank.